Hey, was geht ab? Mein Name ist Till. Ich hoffe es geht euch sehr, sehr gut. Ich baue in den nächsten 100 Tagen 100 Beats. Heute sind wir bei Beat Nummer 50. Und man, ich freue mich ernsthaft darüber, bei Beat Nummer 50 zu sein. Das ist zwar erst die Hälfte, aber es ist ein krasser Meilenstein auf jeden Fall in diesen 100 Tage 100 Beats Ding. Ich bin sehr, sehr happy. Ab jetzt habe ich den Peak erreicht und es geht bergab. Also ich hoffe nicht mit der Qualität unbedingt, aber es geht bergab von wie viel ich noch Videos machen muss. Und das ist ziemlich nice, weil danach kann ich hier sehr, sehr viele geile Mixing-Videos auch wieder machen, die wirklich ein bisschen untergegangen sind in letzter Zeit. Ich hoffe, das verzeiht ihr. Ja, mehr gibt es nichts zu sagen. Let's go! Also auch bei Beat Nummer 50 habe ich mit der Melodie angefangen. Hier habe ich mir in Kontakt das Handu Preset aus der Cloud Supply Plugin-Dingsbums rausgesucht. Und ja, die Melodie klingt erstmal so. Und dazu habe ich hier noch einen tiefen Ton gespielt, auch mit dem gleichen Instrument, der einfach noch untenrum ein bisschen was dazu gibt. Und dann nochmal hier mit, was haben wir hier benutzt? Genau das Gleiche, guck an. Und hier habe ich nochmal so Anschläge einfach dazu gespielt, damit noch ein bisschen mehr Bewegung in dieses Sample reinkommt. Ja, also einzeln klingt es so. Genau, ich mag solche Kleinigkeiten auf jeden Fall. Das habe ich in eine Gruppe gepackt und habe hier Tape Melofy von Arturia drauf getan. Ja, also kommt gleich noch ein bisschen mehr Bewegung rein. Ähnlich so wie bei dem Warble-Effekt von RC20 haben wir hier also auch mit dem Flutter und Wow etwas, was einfach so ein bisschen mehr das zu einem Sample macht. Wenn du vorhast, E-Plugins zu kaufen oder auch Equipment wie ein Mikrofon oder ein Kabel oder Boxen oder Kopfhörer oder ähnliches, dann check doch mal unten die Affiliate-Links. Die finden dich, die bringen dich zu Stores, wo du vielleicht sowieso einkaufen würdest. Und du bezahlst natürlich nicht mehr und ich bekomme einen kleinen Prozentsatz davon ab und kann dann hier Strom und Lichter und ähnliches bezahlen. Dann habe ich mit dem Pro-Q hier sehr viel unten rausgezogen und bei 2500 Hertz ein bisschen 1-2 dB reingedreht. Und habe dann hier mit dem C2 von FabFilter auch nochmal komprimiert das Ganze. Und ihr hört, es fängt ganz schön an zu rauschen, wenn der denn hier spielt. Das ist vor allen Dingen hier von diesem Tape Melofy Plugin, aber das tut dem Beat eigentlich ganz gut. Dann hatte ich Bock auf Hi-Hats Und auf noch mehr Hi-Hats Und dann gibt es hier noch einen Crash, der am Anfang reinkommt Und noch ein Vocal Sample Und das Vocal Sample kommt hier hinten auch nochmal Beziehungsweise es führt so in 2.1 wieder rein Und dann gibt es hier so einen Glockensound Und dann haben wir natürlich auch eine Snare Und dann gibt es hier noch so eine Off-Snare Die, ja, die folgende spielt Hört euch das an, was soll ich dazu sagen Und dann haben wir noch eine Kick Und diese ganzen Drum Instrumente gehen dann hier oben in die Drum Group Wo ich hier so einen VCR-Kompressor drauf habe Und auch nochmal einen EQ, der einfach hier unten ein bisschen was rausnimmt Und die Höhen ein bisschen dämpft Weil, ja, die Hi-Hats hatten einfach ganz schön viel Energie Und das klingt dann erstmal ohne 808 Und dann, wie schon zu erwarten wahrscheinlich Habe ich noch eine 808 dazu eingespielt Und habe hier vorne ein Intro gemacht Wo ich einfach die Melodie kopiert habe Aber hier die hohen Töne rausgenommen habe Das heißt, wir haben hier nur diese Anschläge von der Melodie Und genau, das Ganze klingt dann so Ich bin ziemlich sicher, auf diesem Beat werden wir noch irgendwann einen kompletten Song hören Ich könnte mir vorstellen, der ein oder andere Künstler könnte da Interesse dran haben Falls das so ist, dann würde ich da auf jeden Fall auch nochmal ein Video zu machen Ich bin sehr, sehr happy, dass wir bei Beat Nummer 50 mittlerweile sind Wenn du mit mir feiern willst, dass wir bei der Hälfte sind Dann lass gerne deinen Daumen hier, wenn du ihn nicht mehr brauchst Natürlich nach oben Wie gesagt, ich freue mich über jeden Support Auch in Form von Videoteilen oder halt auch Plugins kaufen Wenn du Anfragen stellen willst, was Mixing und Mastering angeht Dann schreib mir gerne eine E-Mail Wenn du nicht genug von mir bekommst, findest du mich auch auf Instagram und TikTok und Facebook Und wenn mir jetzt nichts mehr einfällt, würde ich sagen Ansonsten heißt es wie immer, die nächsten Folgen folgen Bis dann Bis dann